4Wheel Ist aber schön hier Kann man da Axt rumhauen Okay, dann können wir jetzt weitergehen Level Up ist nicht drin Hier, da muss noch ein Level 87er Kumpelblase dazu holen Komm, wir holen uns noch ein Level 87er Kumpelblase dazu Damit das hier richtig fein losgeht Jeder, der denkt, dass er ein Ninja wäre, aber steht da nur rum Keine Ahnung, ich weiß nicht, was passiert ist Die haben sich alle nur noch gedreht Wir holen uns einfach noch so einen dazu Ich meine, warum nicht? Einfach mal zu dritt hier rumrennen Ist dann natürlich auch recht geil, ne? Und wer weiß auch, was wir noch alles treffen Den da zum Beispiel Auch wenn der eine echt gute Hilfe ist Weil ich merke richtig, wie der mitmacht Man kann sich auch nur durchschnurren Ja, man kann es Man kann sich im Leben auch einfach nur durchschnurren dass ihr schon wenn es flüssig ist, weil es ein A4 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 A5 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 A4 A5 A5 A6 A6 A7 a6 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 A4 a6 Das war sehr knapp. Ich hatte ein bisschen Angst, da runter zu fallen, ehrlich gesagt. Ein Handrohr. Level 57 ersoffen. Ich denke mal, diesen Baum kann man umkippen, weil der so umkippig aussieht. Oh, wir kommen langsam wirklich zum Ende. Ich sehe es. Ich sehe es. Okay, Mädels. Are you ready? Ja, ich denke schon. Gut, okay. Gut, dass wir mehr oder so sind. Gut, dass wir nicht so sind. Gut, dass wir zusätzlich haben. Gut, dass wir mehr oder so sind. Gut, dass wir uns nicht mehr so sind. einfach nur auf ihn einprügeln einfach nur auf ihn einprügeln wie ein irrer aber er prügelt auf uns ein wie ein irrer ich habe da natürlich gern geholfen der eine doppelachs dabei aber wir haben glaube ich keine tolle doppelachs von dem bekommen aber gut das war gut dass wir noch zu dritt da reingegangen sind ehrlich gesagt da bin ich eigentlich ganz stolz drüber oder ganz froh denn so haben wir das auch easy going geschafft schön 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 dank aquaman und und anderer buddeln haben wir das wieder erfolgreich kaputt gemacht das gut diese diesem sturen hund von einem samurai muss man ein wenig verstand eingebläumt werden aber gut ich schätze sein kopf wird er behalten diesmal das muss für dich ein ziemlich vertrackte situation gewesen sein ich stehe tief in deiner schuld du kannst diesen dumm kopf katsui sagen dass er niemals wieder yokai geringschätzen soll naja was man nicht alles so machen kann hütte aber guck mal wie alt da wir haben sogar was bekommen weil jemand unser unser grob eine fest hat die alten grob kropcher so wir können sogar level ab machen ich gehe noch mal ein auf herz können auf herz und nieren prüfen ok ja eigentlich erstmal gucken was wir so alles bekommen haben ja wir 47 schadensbonus ohne rüstung ja wir tragen aber rüstung ich habe das data verloren oder so oder die nennen ja beide aber level 39 ich mag aber unser ding weil äh ne das ist eigentlich geil ne gesundheitsentzug äh volltreffer weil volltreffer ist ein kopfschuss glaube ich und dann kriegen jedes mal fast 100 leben dazu wenn wir einen kopfschuss machen aber dann haben wir nicht mehr so einen hohen bogenschaden ok es gibt einmal yokai schlechter und einmal yokai vernichter achso beides dasselbe einmal als leichte rüstung und einmal als schwere rüstung wie sehr uns das eigentlich an verteidigung geben würde und begrenzte elixiere 11 prozent und begrenzte elixiere 11,8 11,9 und dann ist ein bisschen besser fächer was haben wir drinnen kri-regeneration unversehrt ist auch ein bisschen ein bisschen verteidigung dazu warum nicht ich bin schon an überlegen ob wir auf das hier gehen soll weil gesundheitsregeneration reinigung ne sind bei vier dinge wir finden ständig diese teile sich einmal um 200 punkte heilen während man reinigt ist natürlich auch echt geil ich bin schon stark am überlegen ob wir das hier erstmal machen aber dafür ist das ding ein bisschen zu low ich meine das ist level 30 ich bin stark am überlegen ob wir das nicht machen weil irgendwie bin ich nicht so weiß ich nicht klar es ist geil diese ganze dauerheilung ist halt aber wir kriegen es halt einfach nicht wir kriegen es halt einfach nicht ich hab echt Problem ich bin weiß ich nicht okay die viper und der schmetterling ja weiß ich nicht was die mir jetzt sagen wollen aber schwierig mission nein dürfte ich dich um meinen gefallen bitten in der borken inabajana mazahana hala befindet sich ein geschenk meines vaters meister dosan das ich gerne zurück hätte aber aufgrund des konfliktes mit den seito clan konnte ich bisher nichts holen mit deiner hilfe wäre es vielleicht endlich möglich dass ich dieses wertvolle stück wieder bekomme du bist ein wertvolles stück alter echt ey okay wir helfen natürlich weil wir ja doch irgendwie irgendwie nett sind auch wenn es mich stört dass wir nett sind und aquaman ist bestimmt nicht mehr dabei aquaman i miss you in liebe aquaman ich hab's halt echt gerne wenn jemand dauerhaft dabei ist und auf uns ein prügelt äh nicht auf uns ein prügelt das hab ich nicht ganz so gerne aber wenn halt jemand dauerhaft dabei ist und äh mit prügelt das hab ich wirklich sehr gerne da ist ne Schlange da ist ne Schlange da ist ne Rabe da kann man gehen da wird schon keine Lust mehr da ist ne Schlange da ist ne Schlange da wird schon keine Lust mehr die Schilder ne ich hab keinerlei Muni gekauft das ist auch sehr schlau die Schilder die Schilder Das ist so süß. Scheiß Schwanz. Mach das nicht. Hayden. Leider hat uns ihr Schwanz einmal getroffen, aber das ist halt so ein typisches Problem bei uns. Hey. Man wirft nicht mit Stein. Also echt, man wirft nicht mit Stein. Da hängt jemand. Warum hängt denn der noch so? Können wir den anschießen? Nee. Können wir den? Wollte es eine Möglichkeit geben? Ich meine, der hängt. Ja klar, logisch. Der ist nicht mal mehr tödlich gefallen. Der ist nicht mal mehr tödlich gefallen. Das Arschloch. Das ist nicht mal mehr tödlich gefallen, das Arschloch. Das ist ein Arschloch. Hier oben war Schlango, ne? Das ist ein Wanddämon. Das ist ein Wanddämon. Scheißfeuerdinger. Aber was wirklich scheiße war, dass der da einfach auftauchte. Wir sind zum Glück haben sie nicht so viel KI, dass wir denn... Oder KI, wie es die Leute ja gerne hören wollen, dass wir denn... Ich bin aber nicht sehr glücklich darüber, dass wir hier sind. For real, das ist ein Rabe. Ich will irgendwie nicht gerade. Das ist ein Rabe. Ich hasse Rabe. Ich hasse Rabe. Ich kann ins Auge gehen. Also, das ist ein Rabe. Eine Rabe. Und więc... ... Das war's für heute. Jetzt fällt er runter, weißt du? Jetzt! Wenn ich dich jeden, der mir in die Quere kommt... Nee, tust du nicht. Ist tot. Musikspieler. Gut, dass wir den Musikspieler von hinten angreifen konnten, ohne dass wir da unten rumliefen, ehrlich gesagt. Vielleicht war es gar nicht mal so doof, dass wir von hier oben lang gelatscht sind und nicht unten. Die Dinger können nämlich ganz schnell ganz doof werden. Hä? Wer? Wo? Was? Warum? Weshalb? Wo ist er? Hä? For real. Wo? Irgendwo da oben scheinbar. Dann werden wir erstmal ganz kurz zurück und dann kann ich gucken. Kannst du mir mal... Da unten! Mein Gott! Meine Güte! Ah! Steckt er sich? Okay, hier können wir runterperren. Können wir den Weg nach unten nehmen. Warum auch immer. Ich habe großes Interesse, gegen den zu kämpfen, aber auch große Angst davor. Ich habe große keine Lust, gegen den Raben zu kämpfen. Okay. 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 Gott sei Dank kann der Vogel nicht fliegen. War eine gute Idee mit dem Handrohr. War eine gute Idee mit dem Handrohr. Wartet der Wanddämon noch? Ich frag nur. Ich würde ja doch gerne. Er wartet noch. Wie sieht denn sowas aus hier? Wie sieht denn die Wanddämon noch? Wow, das Ganze ist wie so ein Teil hier. Naja, wir haben es gemacht. Das hat zwar echt Handrohr-Muni gekostet jetzt, aber ist egal. Mit dem Handrohr können wir zum Glück so viel Schaden austeilen. Ist echt gut, wenn man sowas dabei hat. Denn das Ding macht zum Glück so viel Schaden. Besonders auf Yokai-Schwachpunkte und sowas. Das ist schon echt nice. Hat man ja gesehen an der Krähe. Und auch voll viel KI-Schaden. Das ist schon echt angenehm. So angenehm, dass ich das Geld aufsammle. Ja, so angenehm, ich weiß. Hier hinten ging es auch gar nicht mehr weiter, ne? Eigentlich war es hier hinten noch eine Sackkasse, soweit ich weiß. Also weiß ich gar nicht, warum wir hier lang latschen. Irgendeine Kiste. Do it for the Kiste. Und weil es da irgendwie runter geht? Ich weiß selbst nicht, wo ich hin will. Aber wer weiß, was man so findet. Oh, wir sind am Anfang. Ja, wir sind am Anfang. Toll. Toll. Na ja gut, dann müssen wir jetzt durch dieses Reich. Da in dieses Reich. Nehmen wir den hier mit. Ein bisschen Hilfe, ein bisschen Ablenkung. Nur um dieses Reich loszuwerden. Und hier. Nehmen wir den R mono. Vielen Dank.